Willkommen, willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Untertitelung des ZDF, 2020 Sirius Bleck ist aus dem Gefängnis von Askamaru. Versprich mir, dass du nicht nach ihm suchen musst. Warum soll ich das nur am Suchen denn nicht umreden? Warum, 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 toll als Schamu, bei der Bördung und der Sohn. Untertitelung des ZDF, 2020